Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei BILDNER TV. Wie schaut es eigentlich bei euch auf dem iPhone aus? Stapeln sich da auch die Mitteilungen in der Mitteilungszentrale? Was kann die eigentlich? Wie kann ich mit Mitteilungen umgehen? Welche Einstellungsmöglichkeiten gibt? All das möchte ich euch zeigen, Schritt für Schritt wieder hier bei uns in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Thomas, ihr seid bei BILDNER TV und wir sind euer Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Wir kennen es, wir bekommen WhatsApp-Nachrichten, wir bekommen SMS zugeschickt, wir bekommen vielleicht eine Erinnerung für einen wichtigen Termin und all das sind so Mitteilungen, sind Benachrichtigungen bei uns auf dem Handy und wie wir mit denen am besten umgehen, wie wir das steuern können, wann wir eine Mitteilung wo sehen, all das möchte ich euch jetzt eben Schritt für Schritt zeigen auf eurem iPhone mit dem Betriebssystem iOS 17. Ich zeige euch mal ein ganz typisches Bild, was ihr vielleicht auch von eurem iPhone kennt, wenn man wieder viel los ist im Leben und zwar was sich da alles so tut in der sogenannten Mitteilungszentrale, ein bisschen sperriges Wort, aber so heißt das Ganze bei euch auf dem iPhone. Also so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier zum Beispiel eine Erinnerung aus dem Kalender. Wir müssen dringend telefonieren hier. Wir haben eine SMS bekommen von der Kollegin und einige WhatsApp-Nachrichten sind auch mal wieder aufgelaufen. Wie kann ich das jetzt einstellen, welche App mir was anzeigen darf in der Mitteilungszentrale, welche App mir vielleicht nur eine Banner-Benachrichtigung oben auf dem iPhone schickt und vor allem wie ich damit umgehe und welche praktischen Möglichkeiten es gibt. Aber vorher noch gehen wir wieder raus aus dieser Mitteilungszentrale und schauen uns die Einstellungen an in der App dazu. Also das heißt, ich gehe mal hier auf meinen Home-Screen und gehe hier in die Einstellungen und in den Einstellungen brauchen wir den Bereich der Mitteilungen. Den findet ihr hier. Und da sehen wir gleich ganz oben die Möglichkeiten Anzeigen als. Also wie schauen die Mitteilungen bei mir auf dem Bildschirm aus? Und da gibt es die Möglichkeit ganz einfach, dass nur mir angezeigt wird, wie viele Mitteilungen aufgelaufen sind auf meinem Handy. Oder ich kann mir anzeigen, lassen alle Mitteilungen in einem Stapel, also die liegen übereinander. Oder wie wir es vorhin gerade gesehen haben, in Form einer Liste. Also dass wir alle Mitteilungen im Grunde einzeln sehen können nach verschiedenen Apps, das ist zum Beispiel auch geordnet WhatsApp, Mail, SMS oder auch Kalendereinträge. Ich zeige mal kurz eine andere Möglichkeit. Und zwar würde ich sagen, schauen wir uns mal den Stapel an. Was passiert, wenn ich also den Stapel auswähle als Ansicht auf dem Sperrbildschirm? Dazu müssen wir jetzt im nächsten Schritt unser iPhone sperren. Also wir schicken es in den Schlaf und wecken es jetzt wieder auf. Und dann sehe ich hier auf meinem Sperrbildschirm alle Mitteilungen übereinander gelegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Finger nach oben ziehe, habe ich die komplette Übersicht, was ist denn alles in der Mitteilungszentrale aufgelaufen. So, wir gehen jetzt wieder auf den Homescreen und das wäre einfach die Funktion für den Stapel. Die Liste haben wir bereits gesehen. Und die Einstellung, die ihr hier vornehmt, gilt immer nur für den Sperrbildschirm. Wenn ihr in die Mitteilungszentrale geht und die erreicht ihr, indem ihr links oben runter wischt, seht ihr immer alle Mitteilungen aufgeführt und könnt sie von hier aus direkt bearbeiten. Dazu aber später mehr. Ich möchte euch jetzt noch zeigen und zwar was wichtig ist und zwar um eure Privatsphäre im Grunde zu schützen. Und zwar Vorschau zeigen. Bei dieser Option habt ihr die Möglichkeit auszumelden immer, wenn entsperrt und nie. Und was heißt das für euch? Bei der Vorschau sehe ich auf dem Sperrbildschirm, was steht zum Beispiel in einer SMS. Was steht, also welcher Text, welcher Inhalt hat eine WhatsApp-Nachricht. Und das möchte man ja eigentlich nicht, wenn ich den Sperrbildschirm gesperrt habe, will ich ja nicht, dass jeder sieht, was ist in diesen Nachrichten los. Das heißt, meine Empfehlung, um auch eure Privatsphäre zu schützen, geht hier auf nie. Wir wählen jetzt mal hier nie aus. Gehe wieder zurück. Ich sperre wieder mein iPhone. Tipps wieder an. Sehe hier meine Mitteilungen. Und jetzt, wenn ich diese Mitteilungen aufziehe, sehe ich keinen Textinhalt mehr. Vorher war das anders. Da konnten wir die Texte in den Mitteilungen lesen. Jetzt ist der Textinhalt verborgen. Was ist noch wichtig? Und zwar, welche App darf überhaupt Mitteilungen schicken? Könnt ihr ganz einfach selbst bestimmen. Wieder in den Einstellungen bei den Mitteilungen. Das heißt, wir gehen hier ein Stück weiter nach unten. Und ihr seht schon, hier kommen sämtliche Apps, die bei euch auf dem iPhone sind. Und wir wählen jetzt beispielsweise mal aus WhatsApp und kann jetzt hier zum Beispiel sagen, WhatsApp darf zum Beispiel überhaupt keine Mitteilungen mir senden. Dann deaktiviere ich diesen Schieberegler oder ich gehe wieder drauf und kann eben sagen, Mitteilungen sind für mich okay auf dem Schwerbildschirm oder als Mitteilungen in der Mitteilungszentrale oder zum Beispiel als Banner. Was ist ein Banner? Das zeige ich euch kurz. Ich schicke hier oder wir bekommen hier mal eine WhatsApp. Und hier oben seht ihr diesen Banner. Das sind diese Benachrichtigungen, die oben bei euch auf dem iPhone aufpoppen. Das ist der sogenannte Banner als Mitteilung. Solltet ihr keine Benachrichtigungen per Banner wollen, dann nehmt hier ganz einfach den Haken unter Banner raus und dann ist das Ganze deaktiviert. So, denn könnt ihr ruhig zum Beispiel auch solche Veränderungen vornehmen, denn ihr seht sowieso auf dem Homescreen auf der oder an der jeweiligen App, wie viele Mitteilungen da zum Beispiel aufgelaufen sind. Wir schauen uns das kurz an bei WhatsApp. Und da sehe ich dann hier anhand der Ziffer an der App, also hier die drei bei WhatsApp, dass hier drei Mitteilungen angekommen sind. Gleich wollen wir uns anschauen, wie ich jetzt die Mitteilungen, die in der Mitteilungszentrale aufgelaufen sind, wie ich die direkt dort bearbeiten kann. Aber vorher noch schauen wir zu uns auf die Homepage auf bildnauverlag.de und dort könnt ihr direkt noch ein bisschen schmökern in unserem aktuellen Buch und zwar iOS 17, also fürs iPhone. Alles drin, was ihr wissen müsst zur Betriebssoftware von Apple für euer iPhone. Randvoll mit jede Menge Empfehlungen, Tipps und Tricks und Problemlösungen, dass ihr alles ausnutzen könnt, was euer iPhone so kann. Und natürlich, wenn ihr direkt bei uns auf der Homepage seid, könnt ihr gleich dort shoppen gehen. Wenn ihr direkt bei uns im Online-Shop euch Bücher bestellt oder auch zum Beispiel unsere Tastenkombinationen, ruhig mal ein bisschen stöbern bei uns im Shop, dann könnt ihr uns sehr damit unterstützen, damit es auch in Zukunft viele, viele Videos gibt, hier von uns von Bildner TV. Und am besten gleich noch einen Kommentar schreiben direkt unter dieses Video, dann seid ihr dabei. Jede Woche habt ihr da die Chance, ein Buch zu gewinnen aus dem Bildner Verlagsprogramm. Viel Glück schon mal an dieser Stelle. Jetzt aber nochmal zurück in die Mitteilungszentrale bei uns auf dem iPhone. Wir erreichen die nochmal für euch zur Info. Einfach von links oben runterziehen. Dann bin ich hier in der Mitteilungszentrale. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, ich möchte zum Beispiel dieses Kalenderereignis löschen. Habe ich erledigt, ist für mich nicht mehr interessant. Wie bekomme ich diese Mitteilung los? Ganz einfach einmal nach links wischen und schon ist die Mitteilung entfernt. Ich habe hier jede Menge Mitteilungen, die zum Beispiel per WhatsApp gekommen sind. Ich kann hier einmal antippen. Dann kann ich auf Öffnen gehen und schon lande ich in der jeweiligen Chatnachricht. Also zum Beispiel so. Ich komme direkt in den Chatverlauf und kann hier gleich antworten oder auch Fotos zurückschicken in unserem Fall. Oder wir gehen nochmal in die Mitteilungszentrale und ihr habt gesehen, sobald ich eine Mitteilung öffne, verschwindet sie hier aus dieser Übersicht oder ich lösche sie. Dann ist sie natürlich auch entsprechend verschwunden. Ihr könnt Mitteilungen auch übrigens öffnen, also direkt in die App zum Bearbeiten gelangen, indem ihr einfach eine Mitteilung antippt. Ich möchte euch aber noch eine Möglichkeit zeigen, die ganz interessant ist. Und zwar könnt ihr diesen Absender auch für eine gewisse Zeit stumm schalten. Ist dann interessant, wenn ihr vielleicht in einem Chat gerade seid oder in einer Besprechung. Ihr möchtet nicht permanent von diesem Absender Mitteilungen akustisch auch bekommen. Das heißt, ihr schiebt ein bisschen nach links, bekommt hier die Möglichkeit der Optionen und hier könnt ihr Nachrichten von in unserem Fall Alexandra von Bildner TV für eine Stunde stumm schalten. Also dann hört man nichts mehr oder für den heutigen Tag. Das findet ihr in den Optionen. So, die Alexandra, die haben wir somit auch bearbeitet und kann in diesem Fall auch entfernt werden. So weit also die wichtigsten Infos rund um die Mitteilungszentrale. Von diesen vielen Mitteilungen geht es jetzt zur absoluten Kontrolle über euer iPhone. Die findet ihr in dem sogenannten Kontrollzentrum. Was dahinter steckt und wie es funktioniert und was es euch bringt, all das zeige ich euch hier in diesem Video. Könnt einfach draufklicken, dann sehen wir uns sofort wieder hier bei uns bei Bildner TV. bei eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben.